Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Wir sind hier immer noch in dieser... Ja, mittlerweile ist es eine Trollhöhle. Wir hatten mit vielem gerechnet, als wir diese Höhle entdeckt hatten. Wir hatten draußen tote Banditen gesehen, wir hatten draußen einen toten Mordmann gesehen. Und dann hatten wir Geräusche gehört und eigentlich dachten wir, es wären Wölfe gewesen. Allerdings waren es Trolle gewesen. Wir versuchen jetzt schon mal ein bisschen Schaden zuzufügen. So. Ne, Nordbogen will ich nicht. So. Die regenerieren sich echt von selber. Krasse Scheiß, ey. Na, komm! Beschwellen doch! Oh, 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 falsche Knöpfe, ey. Und zack! Zack! Und zack! Wow, 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 wow. Jetzt hat er uns schon ein bisschen zu viel Schaden zugefügt. Ja, das sehe ich. Wow. Wo ist der Feuerartronach? Komm her. Wir brauchen deine Hilfe. Jawohl. Huhuhu, huhuhu, huuhu, huu, 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 huu. Okay. Wunderschön. Die Feuerartronachin, man sieht, sie hat Brüste. Fällt mir gerade mal so auf. So, okay. Das ist echt die große Höhle, ey Das ist das einzig Nervige an diesen Feueratronalchen, ey Die verschwinden immer mit irgendeinem Geräusch So Das haben wir doch jetzt sehr erfolgreich gestaltet Aber Wir wissen nicht, ob das jetzt schon das Ende war Oh Gott Ey, nicht, dass es hier noch so ein Obertreu gibt, ey Okay Hier haben wir einen Banditen Die hatten keine Chance Ehrlich Truhe aufschließen, Noviza Ah, fast So Und was wollen wir da drinnen haben? Ein Pelzschild Na, Gold, 42 Gold, das ist gut Das ist wenigstens einfach, damit kann man leben Oh, selbst die Ziege hatten sie hier auch Ziegenfelder, komm mit Komm mit, Ziege Trolle, die auf Ziegen stachen Die Ziege hat's nicht überlebt So Ähm Schön ist es hier schon, also Das muss man jetzt schon mal sagen Aber da hier das Lager ist, nehme ich mal stark an Dass wir jetzt doch das Ende erreicht haben Dieser Wasserfall nervt nur Weil er die Ruhe nimmt von dem Ganzen Er sieht schön aus Oder kam jetzt von hier Nähe Aber hier ist nichts mehr Hm Wer hat denn die ganze Wer hat denn das ganze hier hergebracht, ey Wer hat denn diese Langeweil Auch hier ist die noch Rotwadrone Wer hat sich denn hier alles versteckt, ey Hier war wogehalb Äh Himmelsrand drin, oder was Durchsuchen Ey, ich das nehme mal mit Können wir hier so Mammutoren mitnehmen Das sollen wir doch hier denen mitbringen Aber hier war doch halb Himmelsrand Hier wurde doch irgendeine Feier gefeiert, ey In der Party gefeiert Ging besser Wahrscheinlich waren die Trolle nicht eigengeladen Deswegen waren sie sauer gewesen Haben die ganze Party zum Platzen gebracht Das ist nur so eine Vermutung Wäre ich auch sauer Noch eine Truhe Uh, Eisenhelm der Magiker Stärke an Magiker um 30 Sehr gut, Gold Illusionszauber kosten 12% weniger Magiker ist auch nicht verkehrt Oh, was haben wir denn hier alles Oh Oh Auch diese Robe Fliegen Verdammt noch eins Ehrlich, was haben wir jetzt auf dem Kopf Ich sollte es Echt aufschreiben Bekleidung Ähm Wir haben aktuell auf dem Kopf Pelzhelm der Magiker Steigert Magiker um 30 Und jetzt haben wir das hier Steigert Magiker um 30 Der sieht aber cooler aus Und hat auch plus 6 Rüstungswert Jawohl, ja Gut So, mal gucken Vielleicht finden wir hier noch ein paar Cutsheet Ach herrje Ah Interessant Interessant Und jetzt ist mir auch gerade aufgefallen Wir haben eine neue Stufe So Magiker weiter erhöhen So Zerstörung Können wir natürlich jetzt noch ein bisschen Eher das hier auf Ne, geht gar nicht auf Ne, wenn ich dachte Mit der Erstellung wäre natürlich möglich Aber was natürlich auch Wo haben wir es denn Bin wahrscheinlich in die falsche Richtung gegangen Da, ja Ich bin in die falsche Richtung gegangen Beschwörung Wirke Beschwörungshaber In der Novizenstufe Für die Hälfte der Magiker Das ist gar nicht mal so schlecht Das ist gut Das machen wir jetzt auch Dieser Feueratronach Ist doch Novizenstufe, oder? Lehrling Doof Oder weil Was ist denn jetzt Was ist denn jetzt höher? Ach stimmt Den Schrei könnten wir auch mal einsetzen Novizo oder Lehrling? Was ist denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr Wir können es ja mal kurz testen Moment Nee Entschuldigung Ja, wo sind denn unsere Hände? Da Nee, okay Okay Für dich verbrauchen wir immer noch selber Aber es muss ja dann Beschwörungen geben Hallo Es muss ja dann Beschwörungszauber geben Die dann auf Lehrlingen sind So gut Wie gesagt Ich denke mal Das ist die Truhe Die wir da gefunden haben Fellarm schien Die Truhe war Die Truhe war Die Kost War ja auch richtig Gute Sachen drin Die ist der Letzten Wir haben Erfahrungspunkte gesammelt Auch Wirklich wichtig Träufett Haben wir auch noch dazu gewonnen Also Ich finde Der Ausflug hier rein hat sich gelohnt Wenn der Großkönig stirbt Halten die Jahn von Himmelsrand Eine Volksversammlung ab Um einen neuen Großkönig zu werden Wie hieß diese Hülle jetzt nochmal Irgendwas mit Schatten Finde ich den Stuhl schön Ich weiß es nicht Ne Ich glaube sowas würde ich mir nicht nach Hause stellen Ne 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 Die meisten Hunde Himmelsrand sind domestiziert Und die in ihren Nordherren So wie hieß das Ding jetzt noch Hallo Geh mal kurz Dunkelschatten Okay geht klar Gut 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 Wir gehen schwimmen Reißen da Ja durch den Wasserfall halt Da reißt uns das Wasser mit Gut Mensch 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 Ein Abenteuer womit ich jetzt auf angeblich gerechnet hätte Jetzt muss ich mir überlegen Dieses Bild Äh dieses Dieses Symbol da oben Was war denn das nochmal Wir gehen da jetzt einfach mal hin Und lassen uns überraschen Was da Da bellt doch schon wieder jemand Aber diesmal ist es wirklich ein Wolf Diesmal ist es kein Troll Aber wo Da unten So Schmetterwiegenfelsen entdeckt Ah ein Riese Stimmt das waren die Riesen Oh keine Sorge Ich geh schon Tschüss Also ich geb euch gleich mal nen Tipp ne Mit dem Sollte man sich auf diesem Level Definitiv noch nicht anlegen Nein 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 Das lassen wir mal Das lassen wir definitiv mal Das hab ich einmal gemacht Nie wieder Glaub mir Ihr werdet dann eine schöne Aussicht für einen kurzen Moment haben Ja Definitiv Aber das war's dann auch schon Mehr habt ihr nicht davon Und ich führe das jetzt auch nicht vor Definitiv nicht So Aber das Entdecken von Orden Bringt uns ja auch immer wieder Erfahrungspunkte Deswegen sollte man das halt auch mitnehmen Je mehr wir entdecken Desto mehr Erfahrungspunkte Und je mehr Erfahrungspunkte Desto höher das Level Hohohoho Wie ich das kombiniert habe Ich beschwere mich noch bei Fendal Wer läuft denn da Hallo Jetzt kommst du zielstrebig auf uns zu Wo immer die Daedra sich verstecken Die Wächter von Stendr werden sie ins Licht führen Ihr sprecht mit einem Wächter von Stendr Lasst euch mit den Daedra ein Und wir werden euch erbarmungslos jagen Sie sagt uns Sie sind Wächter von Stendr Und was ist die erste Frage Seid ihr ein Wächter von Stendr Ehrlich Wie blöd sollen wir denn da rüber kommen bei dem Spiel Mich interessiert mehr Wer ist Stendr Er ist der Gott der Gnade Tamriel Schutzherr der Ordnung Und der Gerechtigkeit Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte Die keine Barmherzigkeit kennen Indem wir all jene läutern Die seine Kinder verletzen würden Top Ihr jagt Daedra Und alle anderen Abscheulichkeiten Die Jagd auf die Sterblichen machen Vampire Wehrwölfe Hexen Aber die Daedra sind am schlimmsten Ihre kalte Verachtung unseres Lebens Ist dem Gott der Gnade zuwider Also Vampire habe ich erst getötet Möge Stendr mit euch sein Jo Möge der Stendr mit euch sein Entschuldigung Aber sorry Bei dem Bei dem Namen Das ist doch sehr naheliegend Dass dann der Stendr mit einem sein soll Oder nicht Oh man So Das zeigt doch Dass es uns hier zu was hinführt Das sehe ich doch jetzt schon Nehmen wir hier wieder mit Da war ein Schmetterling Den könnten wir eigentlich auch mitnehmen So Was haben wir denn hier entdeckt Hillgrunds Grab Okay Heute ist hier öffnen Hallo Wo bist denn du Wow Oh Oh Bei Kühne Hab ihr mich erschreckt Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum Also passt auf euch auf Könnt ihr mir helfen Er ist in der Gruft Weiß der Himmel Was er mit meinen toten Verwandten anstellt Wer ist in dem Grab Was wäre Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt Er ist da rein um unsere Familiengruft zu schänden Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen Totenbeschwörungen missbrauchen Meine Tante ist ihm hineingefolgt Aber sie ist nicht wieder rausgekommen Und ich glaube nicht Dass ich allein mit ihm fertig werde Los geht's Ihr lasst eure Tante dort allein hineingehen Ich habe gerade keine Zeit Ja das Darauf bin ich nicht gerade stolz Ich habe schreckliche Angst vor diesem Ort Und das weiß Agner auch Mein Vater hat mich im Vollrausch dort eingesperrt Als er uns verlassen hat Ich war drei Tage da drin Und habe mich von den Opfergaben für die Toten ernährt Bis Tante Agner mich fand Könnt ihr mir helfen Er ist in der Gruft Weiß der Himmel Was er mit meinen toten Verwandten anstellt Was zur Hölle Was hast denn du für einen Vater gehabt Na dann los geht's Großartig Ich sperre die Tür auf Und treffe euch drinnen Dann könnt ihr vorausgehen Du hast sogar deine Tante da drin eingesperrt Ist das dein Ernst? Er hat sogar seine Tante da drin eingesperrt Lass sie einfach mal mit Uh Ein paar Bücher Lesen Der Mystiker Galerion Für die die es interessiert Blätter ich einmal durch Ja wir machen das jetzt einfach mal Bei Grabstellung ist jetzt nichts feines Das Leben von Uriel Septim Band 7 Oh ne Und dann sperrt er da auch noch seine Tante ein Ich kriege die Krise Das ist ja What never Das Lied von Pelinal Band 5 So Das war auch das Band von Ja Band 4 Hätten wir erst mit dem Buch anfangen sollen Ich könnte natürlich auch Alle Bücher sammeln die wir finden Und irgendwann mal Mehr Das werden dann aber mehrere Spezialfolgen Und dann die Bücher in richtiger Reihenfolge Gerne Euch zeigen Aber ich glaube Ne Das lassen wir mal Ich glaube das Das alleine würde dann schon Sehen Folgen in Anspruch nehmen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Wie viele Bücher wir da noch finden Ein Totenbeschwörer Aber wie groß kann denn das Grab schon sein Wow Wir sollten Walswehrern stoppen Ehe er hier noch mehr Junge Schreck mich doch nicht so Ich nehme mal dieses Bogen Greif jetzt nicht mich an So Wie liegt denn hier Droge Oder was hast du für eine große Familie gehabt Hallo Zack Und zack So Einhändig verbessern Ist jetzt auch nicht verkehrt Da unten ist Ena Solange man es noch nicht gesehen hat Nutzen So Das war wichtig Holztür öffnen Wow So Glück stand mal ein bisschen schräg Uncool Wer baut denn sowas hier rein Für eine Urne Ehrlich eh Hätten alle wiederbelebt Der Sack Also du hast Von so viel hast du dich nicht ernährt Wenn hier noch so viel ist Und Headshot Bei denen erkennt man das halt echt Das ist von echt großem Vorteil Medfass Brauchen wir nicht Sonst ist hier nichts Hat der irgendwas bei sich Gold Ist das gut Knochenmehl Auch gut Gold Da sind wir eigentlich jetzt auch Grabstände Eigentlich so Wenn wir uns mal von der Warte aus betrachtet Fendal Du bist im Weg Fendal Weg da Fendal 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 Ja Nix Oh So Okay Was haben wir hier noch Wir gucken jetzt trotzdem mal rein Das ist jetzt unsere Belohnung hier Wir erwecken wenigstens die Toden nicht wieder zu leben Wir lassen dem wenigstens ihre Toden nur Schlossknagel verbessert Stufenfortschutz haben wir gleich wieder geschafft die nächste Stufe weil wir viel gemacht haben Zaubertrag der Stärke Das brauchen wir nicht Hey Die gehören meiner Familie Oh Entschuldigung Na gut Ihr könnt euch nehmen was ihr wollt Solange ihr mir helft wahlslos zu werden Yay Wir haben jetzt eine Erlaubnis Wow Können die Türen öffnen Ja die können Türen öffnen Sehr gut gemacht Da hast du schneller Gezogen Nicht schlecht mein Freund Nicht schlecht Amethyst Wie gesagt wir haben jetzt eine Erlaubnis Okay Was haben wir denn noch so schön Jetzt haben wir hier zwei Türen Was Tante Anna Talos Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen rein Tja Er hat die Tür verriegelt Oh kurz gucken Dietrich ist gut Seitz ist gut Das kann sein Nur die Götter wissen was er da drinnen mit den Leichen meiner Ahnen anstellt Agner hat mir einmal erzählt dass es weiter hinten einen geheimen Raum gibt Wo in Ungnade gefallene Mitglieder der Familie begraben wurden Vielleicht kommen wir so in die Hauptkammer Oh Oh noch in Ungnade gefallene Na die sind ja ganz besonders freundlich wahrscheinlich zu uns Was Wir sind zu Oh nö Aber Hauptsache springen können wir noch Oh was haben wir denn jetzt hier Was macht uns jetzt alles hier so schwer Alles rogen Helm Oh Was haben wir denn jetzt hier so Totenschädel Fallen lassen So Schon sind wir wieder leichter Waffen Eisen Eisenkriegsachst weg Brauchen wir nicht Eisenschwert weg Brauchen wir nicht Jagdbogen weg Brauchen wir nicht So Wo eigentlich dürften die doch jetzt nicht zum Leben erweckt worden sein oder Wer sieht mich denn jetzt schon wieder Niemand Und wer sieht mich denn... Oh, ey, ja, was denn du? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden, werden wir gesehen oder nicht? Ah, okay. Da kommt noch einer. So. Dann machen wir mal das hier. Und den Feuerartronach. Da habe ich so ein Gefühl, dass wir den Balken beschwören müssen. Dass es dann doch ein bisschen kritischer wird. Hier ist die Truhe. Gold. Können wir schon irgendwie ein Gegner sehen oder was ist denn das da drüben? Ah, komm. Ah. Standst du mal wieder im Weg, Fendal, war? So. Da, Pilze. Weiter geht's. Die, 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 die. Ein Moment. Wenn wir die Möglichkeit schon haben. Die, 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 die. Die, 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 die. So. Hallo. Oh. Der Hinweis ist mit von ihm. Wow. Aber mit, 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 mit richtigem, mit dem richtigen Knall haben wir hier neue Stufe erreicht. So, jetzt verbessern wir aber echt mal die Gesundheit. Das ging jetzt echt fix. Da bin ich ganz großer Fan von. Beschwören. Wie zu stuh. Was haben wir denn? Beschworene Waffen. Yes. Kannst Adronachien oder Untote in doppelt so großer Entfernung beschwören. Das finde ich auch nicht schlecht. Also jetzt haben wir das Sternbild gewechselt. Hier, das ist dann Beschwörung Lehrling. Erfordert allerdings Level 25. So ein Bullshit. Müssen wir uns noch ein bisschen einsetzen. Na. Ich geh mal komplett raus. Das will ich gar nicht. Wiederherstellung. Wiederherstellungssauber der Novizenstufe. Das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt Novizenstufe? Bringt mir das jetzt was? Oder bringt mir das jetzt nichts? Es ist Novizenstufe. Ergo wird es echt was bringen. Ah, hier bin ich nicht. Dann machen wir das auch mal. Ich glaube mal, dass das nicht verkehrt ist. So, ein Moment. Ja, ihr bewegt euch immer ganz kurz. Ich weiß. Bam, bam, bam. Aber bevor wir uns hier weiter durchkämpfen. Der nächste Droge wartet ja schon wieder um die Ecke. Möchte ich diese Folge beenden. Und bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim, wenn wir den Drogen wieder in den Arsch treten.